ja ehr schede zersäger ach so wir brauchen erstmal einer warte mal warte mal warte mal dann sag mal an WG warte 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 ich hab doch meine Himmler jetzt kurz Die macht einen Doppelgänger, den müssen wir doch töten, ne? Ja, sofort, instant immer Und die Rotz, irgendwas hin, das muss da ausweichen Das ist immer vorher hier Also es blubbert grün auf dem Boden Ich kicke als erster, Patty als zweiter, Guido als dritter Da geht's wieder von vorne los Das werden wir nicht mehr in der Totschaft sagen Ja, bescheid sagen, bitte Ja, ist prima Also ich war das erste Mal Google nicht vergessen, aber das werde ich wahrscheinlich hinkriegen Ab Okay, kicken, genau, jetzt Guido, jetzt musst du aufpassen Jetzt kommt gleich wieder was für dich Jetzt Kick Ah, fuck, ich dachte mir, ich hab den auch kicken, Alter Ja, ist gut, das ist gut Sie gespawnt jetzt ihren Doppelgänger da Naja, okay, alles klar Jetzt den auch kicken Ich hab gekickt Ja Ich mach dann, bei ihr wahrscheinlich nicht mehr Da ist die Kugeln Bommbe Lass den Scheiß durch, ist egal Oh, jetzt kommt die Scheiße Genau Ich kicke Danach ich Genau Gido jetzt Ja Ich bin schon, dass Team auch kriegen kann, wenn's mehr endet, ne? Ja, aber der soll einen Schaden machen Gido? Ja Ja, nice Gut Ich muss nur ein bisschen behandeln, weil... Ja, jetzt... Keine Angst Achso, ja Ist egal Ich mach den... Ja, mach mal, kommt eigentlich nicht Boah, der ist noch einmal da Boah Mach sie weg Ja Scheiße, selbst Ja Fabi, er liegt immer weg Nee, 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 der ist mal mein Team, ne? Soll ich glauben lieber, du? Nee, 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 nee Was ist mit dir? Nee, nee, nee Ich hab schon Ich bin doch... Lass doch sein Lauf doch weiter Kinderheiler, ich muss die holen Ja Das ist meine Aufgabe, verpiss dich, Junge Was über Schaden, Mann Ich mach doch sonst nix Let's go Alter, ich hab so ne tiefen Poolsecker an mir Ja, ich bin geslow shit Bomben Nein Oh Gott, ja Ja, ich hab sogar so eine Geschichte, mein ich Ja, ja Alles gut Machen die eigentlich Instant Token, oder? Nee, nee, aber nur wir sind schaden Also zwei wird eng Wenn du sagst, ja schon low bist, dann geht's bis zu down Also eine geht auf jeden Fall Zweite, wenn du low bist, wird eng Wir brauchen hier einfach durchpicken, was du kannst Genau Das hilft einfach Was ich finde, ist als Tank wesentlich einfacher zu kicken Oder zumindest die Scheiße da auszuwählen Ja Als Idee Genau Er springt jedes Mal, wenn ich Tab drücke, sofort auf die blöde Blobbel Als Parler hab ich, ich hab Stun Ja, gleich Ich hab als Parler Stun unterstellt und ich hab Kick Also zurechtweise Ich komme hier hoch danach Hau, äh Hau 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 Oh die jetzt weglaufen, ne? Weil jetzt Nein, es geht Es geht doch Es geht Oh? Ja... Es geht Ich hab's Oh Abgekickt Sagt, da war einer geht Krieg noch den Benüftungbade kotzt Oder auch nicht Einfach überspielen Hab ich mal einzeln Oder auch nicht Geben ist noch eine Bombe bei dir Nein, sie ist nicht reingelaufen Scheiße Komm her du mal Vorsicht Vergeht Was ist das? 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 Ah, das ist ja gut Scheiße. um nicht weiter der leckerste Prozent Lecker der Kaffee sagt Der fiese Fettbuck, Alter. Ich glaube, die Kirscher sind nicht mehr aus. Keine Schnauung. Oh, genau. Ich komme in die Hände. Die Galle kotzt sich die Seele aus dem Leid. So, dann an den Herrn Räger, Räger. Er sitzt schon irgendwie am Saufen. Genau, ich muss das genau wissen. Ich tank den hier, wo wir gerade stehen. Wir bleiben hier in der Ecke. Der macht nach vorne so eine blöde Attacke. Die sollte eigentlich nur ich abkriegen. Oder gar keiner. Der spawnt so kleine Larven. Diese roten, die auf dem Boden liegen. Die müssen zerstört werden, indem du drüberläufst. Wenn er auf, keine Ahnung, 70% ist, was weiß ich, dann macht er einen Charge irgendwo hin. Dem ausweichen und die Maden alle töten, die da drum rum kommen. Also auch diese kleinen Würmchen da. Okay. Na, gucken wir mal. Ja. Wie gesagt, er chargt das an, er sagt das vorher an. Dann musst du einfach nochmal raus vom Cocktail gehen sozusagen. Genau. Das jetzt. Das Kotzen da ausweichen, genau. Und über die Maden auch. Jetzt sind die Dinger durch kaputt. Genau. Ich mach da natürlich auch mit, aber deswegen werde ich hier so ein bisschen würdig dagegen. Ich mach das auch nicht. Blubbel da, die Bombe bitte, danke. Ansturm kommt, jetzt. Ach, die Bombe. Dankeschön. Wunderbar. Alles gut. Alles gut, alles gut. Jetzt kommt Tobsuchtfall erst, jetzt läuft er weg und alles kaputt machen. Genau, jetzt müssen wir alles kaputt machen, aber das fliegt jetzt überall hin. Ja, und jetzt macht er, danach kommt dann aber auch der fast wieder Ansturm. Ach, wir drüber laufen, die Scheiße. Genau, immer drüber laufen. Und das, was halt nicht ist, kommt zu mir, dann weg ich die Scheiße. So. Mach jetzt Kopfnuss in der Beine. Bomb. Bomb. Schön. Rüber laufen. Rüber laufen. So. Ansturm. Weg da. Ei, 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 ei. Na, ich muss den jetzt hier wegziehen, ich weiß nämlich nicht, wo die Reset-Grenze ist, ne? Na, mach ich ein bisschen. Die wird zurück, wo der hergekommen ist, also. Ja, ich versuche es. Kommt E-Tops aufs Anfall. Malfall ist natürlich eine Bombe bei mir, vorne. Ah, fuck. Gerade so, ey. Oh, wasch. Oh, wasch. Oh, wasch. Oh, wasch. Wir sind auch viele Maten, ne? Ja. Bomben wir wieder hier. Oh, ey. Protzen. Protzen. Können. Bombe. Na, war. Ich versuche wieder in meine Richtung, da in die Ecke. Das werde ich aber nicht schaffen. Was. Aber funktioniert ja oder quietsche. Patẳng, dass ich da' einsammeln愚, dann ist das natürlich auch es sollte. Richard macht Spaß. Ah, wir werden es. Oh, komm, Dubuicon. Och, wise. Wow, 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 wow. Ach ja. Das einsammeln ist natürlich auch schade. Das ist natürlich auch ein Schaden, ne? Oh. Wie geht hier? Ist doch so ein paar? Wie geht-Ja? Ja, ich? Hier war nicht in Range. Wenn ich da schon vorhin. 있으면-Pluito hast ich jemanden. Also, wie gehts um, wasch. Wunderbar easy Adam Depp schießt hat überhaupt kein Mana-Verlust, man guckt mal, wenn man noch was wollen Na gut, hat man das gemacht, man hat ja auch keine Heilung die in der Wirklichkeit die Schilder runternehmen Mann, jetzt fuck dich ab, Bombe Ja, Bombe funktioniert auch, alles gut, ey Ja, mit dem Knochenschild krieg ich noch einen schönen Schild dazu, geil Rein in die Asma Ich kick den ersten, Ketti den zweiten, Guido den dritten Erstes durch Zweiter durch Jetzt kommt gleich, wer kann, da Schön Soll ich was da Hat da Genau so Ich geh ich eben auch hin Scheiße Kommt der hier Bombe Ja, Alter, Inseln, Alter Ja, und hier kannst du die Knochenschilder immer mal kick, das wär super Ja, ich kann nicht wegmachen, damit heil ich euch, also alles gut Okay Kimo kann sich auch mal eins schnappen, dann ist er auch einfach Oh, shit Alles gut, okay Ja, am besten lass da mir immer ein Knochenschild, weil da krieg ich auch nochmal ein Schild für, wenn es runterfressert Bei den beiden Vögeln da vorne bitte auch kicken Ja, dieser Strahl, der Strahl ist ganz böse Der ist tödlich Ja 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 Wir müssen zurück, bitte Ja, ja, ich zurück Ja, ich zurück Parkier mal ein, das da Und hoffentlich wir nicht drauf gehen Genau, ich nehme den anderen Dann ist alles gut Kickt Kickt Kann ich Das ist cool Da geht auch ein Drachenboden zu, ja Der steht drei Kilometer immer weg, das reicht nicht so weit, glaube ich, oder? Nee Ja, auch nicht, aber Wir warten den, sieben Sekunden Ja, ich kann ja vorblinzeln So, jetzt noch mal Mit HT, ja, ne Das ist besser als der letzte mit HT, oder? Na, das ist doch die Scheiße jetzt hier, ja Ja, ja, die macht man schon mit Kampf auch schon beim letzten, das ist eh egal Genau Richtig, also nochmal An die Pilze stellen Nicht in die Pilze, nicht durch die Pilze durchlaufen Einen könnt ihr mitnehmen, mehr nicht Also, der ist, der ist ein bisschen Also, vor die Pilze, sag ich mal so Genau, und nicht die Pilze nehmen, wo ich dran stehe Also, so quasi die Pilze in Richtung Teich, ja Ja, genau Okay So, machen wir die Pilze, wo ich, ich suche mir immer den größten Block, so außerhalb, ne Da, wo ich jetzt dran stehe, hinter mir, nicht hingehen Weil jetzt kommt die Schockwelle Boom So, die sind weg So, jetzt geht Petty weg Und Link steht da eh schon drin Sehr gut Oh, wunderbar Ja, Scheiße, könnte da nicht ausweichen, bleibt einfach drin stehen Wartigsam, hast du das gehört? Ja Kriegt man die Bomben? Boah, ja Ja Genau, nein Perfect Du musst dann aber auch weggehen, ne? Ja, sollte ich Jetzt kann man mit schnell runter Ja, manchmal kannst du nicht weggehen Ei, 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 ei Da versucht man durchzubürsten, oder ne, ne? Da versucht man durchzubürsten, oder ne? Dann Elah, Fabrik Da auch noch ein bisschen Schaden Sobald das rechnen liegen Leute decken Ich war jetzt nicht noch gebläht sehen Möchte nicht darüber reden Hast du viel erkannt Tätsel Nein Und dicke CD-Szene, Ben Komm, Alter, fuck die Fuck die Anken tatsächlich Ich mach den, alles gut Bestermann Junge, ich fühl mich grad wie Tim, Alter Naja, das ist sonst immer mit mir und Tim so Weißt du, er bleibt als Setzer stehen Da muss ich allein beim Junge Nein, nein, meine Herren Achtung, hier kommen noch Dinge Oh, die sind, oder? Nee, nee Okay, wir sind jetzt irgendwo verschwunden Mach gleich, äh, ich will Leben, machst du über Leben Genau Danke Boah, easy, äh, schöne Sachen Ja, das eine waren einfach zu viele, man Na, da war ich ein bisschen überfordert Ja, gut, aber das sind Sachen, die man auch öfter macht Und dann, ne? Genau, dann kommt das Also, wenn ich an die Pilze stelle Und dann quasi ins Pottenmeer Muss ich sofort weg, da, ja? Genau Wenn dieser Kreislauf kommt Ja, das hab ich, äh, das ist ganz schön schnell Ja, dadurch, dass du rollen kannst Ist das kein Ding eigentlich Ja, genau, das muss ich halt nur wissen Also, ich bleib als DH meistens auch drin stehen Weil ich einfach nicht so schnell wegkomme Auch mit meinem Dash nicht Weil ich einfach, äh, mit dem Brain aufkomme Und das bitte nicht voll um die Wormat Und ich hab mich gerade hervorragend in das Reindere reingeblinzelt Das ist gut Das ist gut Hier linkses Auge, linkses Auge, linkses Auge Der muss gekickt werden und es ist erst bald Ich hab den Worm das erste Mal gekippt Ich hab den anderen Typen gekriegt, das kann ich Ich kann auch nicht Ich hab das zweite Mal gekippt Ich kann auch mal gekippt Ich kann auch mal gekippt, gleich Ja Und wie jetzt? Gut, schön Wunderbar, habt ihr gut So, so Soldat Das sind sehr viele von Scheiß Tote verpiste, ey Hä? Naja, das ist das Tote Was ist das denn, Alter? Da hatten wir glatt die Unterhose ausgezogen Was ist das mit ihm durch? Richtig, Alter Der Wormbrüter der Worm Als Anmerkung Wird immer erst das Auge machen Ein Auge Und dann erst den anderen machen Weil du bist einfach so in der Range Dann kommt das Auge mal zusätzlich Wenn man sich dann halt dann sparen, ne? Langweilig Sagt der, der keinen Schaden macht, hm? Mhm Musste ich jetzt sagen Aber Arkan ist besser als Feuer Ja Ja, das steht fest Wir warten Wir brauchen eh wieder unten mindestens einen Wurm, glaub ich Auf wen? Ciao Bleib schön hier, ey Und das ist keiner, der kaputt ist Denk 4, ne? Denk an 4, bitte Ein voller Tentakel-Deck Da fällt jetzt leider jemand rein Ja Wenn das Antiv hier nicht da war Achso Ja Wurmkicken, Wurmkicken Ich hab gekickt, aber zu spät Ja, nein, nein, war richtig Wurmkick, na fuck Hab ich Wurde Wurde Ich kann überhaupt nicht kicken Abgekickt Wunderbar, wunderbar Oh, war das Alles gut, alles gut Achso, du wolltest meinen Tote mal Ja Boah Ne, der Mager sollte sich hinten stellen Ich hab überhaupt nicht zugehört Ich sage Weck an Tote wegen 4 Ich hab nicht zugehört Ich bin Brain of Carla Ja Ich wurde nicht geführt Fick dich Es werden ja auch nicht alle geführt Könnt ihr da im Krieg gestehen Immer im Innenstädte nochmal, Timo Du die richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht Ein, zwei oder drei Schwing dein Ding, dann ist es vorbei Oh, er ist gekickt durch Warte Okay Ich mach den Geil Das wird einer Geil Das wird einer Das braucht glaube ich gerade, ne? Aber irgendwas hat schon vor mir gekickt, alter Aber Timo Timo Er ist auch da, er ist auch da jetzt Meiner Weg von der Tentake Und die Die ganzen Kippe hier haben wir noch, ne? Aber Kuhbilds Oba Ich bin nicht wo reingezogen Ja Ja Das kann ich nicht an Wenn die Scheiße natürlich irgendwo abgelegt wird Also Ja Ja Außen Weil Wir rennen Ja Warte mal Ich kann ja hier schon rumspringen Ich werde ihn hierhin pullen, ne? Ja Wenn ich jetzt gerade stehe Wir gucken, ich versuche den immer, dass er zur Wand ist Ja Weil so spielst du es ja eigentlich Und ihr steht auch in der Richtung Immer hinter mir stehen Also nicht Also nicht hinter ihm Genau, diesmal dürft ihr hinter mir stehen Okay Ich glaube, er macht keine großen Schellen, ich weiß es nicht Nicht direkt hinter mir, aber so halt hinter mir immer Das ist ja auch okay Okay Das ist halt zu Wandkotzen Derjenige, der das gelbe Ding hat Bleib stehen Also habe ich auch das Ding über den Kopf oder was? Nein, du hast eine gelbe Aura um dich rum Die ist, keine Ahnung, 10 Meter groß um dich rum Ja Dann bleibst du da stehen und wir rennen da jetzt dann zu dir Na, dann kriegen wir den Debuff runter Ist doch wo ich stehenbleiben? Direkt bei euch da oder? Du bleibst einfach stehen Du bewegst dich einmal nicht Egal wo du bist, einfach stehenbleiben Einfach stehenbleiben, okay Und voll Damage auf den Boss Ja okay Der Rest ist egal Das kann ich Das ist gut Also ich komm da hinten hin Wollen wir jetzt nicht hinterher rennen So Und Samsung kommt So und wie gesagt immer hinter mir stehen Warum läuft da eine schon wieder weg hinten? Weiß ich nicht, ist mir egal Doch Dacht ihr ja, wollen die auch wenn das sein muss? So das, da einfach stehenbleiben Immer alles schön drinnen bleiben und alles schön Und die Kugel natürlich nicht vergessen, ne? Okay So, jetzt gehen wir wieder ein bisschen weiter Weiter Alle bleiben hinter mir Kugel Licht wieder Schöne Sache, Harry Kugel, das Vieh ist egal Weiter Ja Damit grieven So nicht Genau Einfach mit Ja Weiter geht's Macht Safe CD Macht Safe CD Jetzt kommt wieder links Glaube ich Ich geh gleich von dann Nein Ich muss jetzt hier mal weg sprengen, weil ich hier von Nein Also ich Oh shit Na gut, da komm ich hin da ran Bleib beieinander Okay Ich bin gleich weg Hey, Bombe, Bombe Oh shit Oh shit Alter Alter Direkt unter mir den Scheißteppich Hey, wir laufen mal ein bisschen Versuch mal ein bisschen Versuch mal ein bisschen Das geht noch Sehr schön Geil Kein Ding, man Kein Ding, Alter Das ist aber auch ein hässliches Ding, Alter Mit diesen ganzen D-Buffs da Wurzeln wir mal wieder? Das geht und Hilfe Ich versuch's Na geil, eine Achter Ach nee, warte mal Ich kann doch hier freilassen Müsste ich doch hier sein, oder nicht? Nee, bin ich nicht Fuck you, fuck you Ah, da kriegst du ja so einen Abraster, Alter Eigentlich hätt sie hier sein müssen, ja Ja, fuck you Hübsisch, Denny Oh, Schaban, du musst dein linkes Ei reiben Dann geht's dir wieder besser Danke, jetzt hab ich wieder auf YouTube Das linke, nicht das rechte Schlechte Äußerungen, jetzt kann es wieder nicht für Kinder machen Scheiß Kinder Ach, hast du ne Aufnahme gemacht, oder was? Ich mache die ganze Zeit Aufnahmen Achso, ey Ja geil, ich bin Fame Keine Waffe, Alter, wehe, der Monk kriegt das Ich kick das Ja, jetzt pass auf, was auf, ich geh in die Kiste, pass auf Gleich geht raus Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt Ich hab schon rechtsklick, kick Ach Nein Herze Ja, ha, 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 ha Tschau Ich bin weg Und tschau Easy Game, Junge Er kriegt sogar auch noch das Alzerit-Ding Ach Ich kipp mich schon wieder einreiben Ich mach da noch mehr Schaden, schöne Sache, Harry Ja, Mann, Alter, der war jetzt schon nicht schlecht Ja Geil War jetzt schon gut, ey Ja, aber Timo, das mal liegt der besser, glaub ich, ne? Hast du mehr Schaden gemacht, wie ich? Auf jeden Fall Der ist jetzt, der ist jetzt mal bei 10k mehr als eben, oder 12k fast Ja Ja So, overall Aber gerade beim Movement-Counter bist du mit dem Frost einfach noch ein bisschen on top Ja, also Frost hab ich schon noch nicht probiert, ne? Vielleicht, keine Ahnung, muss ich rausfragen Ja, wirklich, Frost ist, also, du bist ja on top, weil du die ganze Zeit eh nur in Iceland spammst So, jetzt gucken wir mal, was ich da drin habe Ja, stimmt, du warst ja geil Ah, ist das geil, jetzt hab ich die Waffe gekriegt, ey, das ist so, da kann ich Patti nur mit aufziehen Alter, geil, komm, ey, mach mal ein Foto von dem Ding, dann kannst du mir das mal zeigen, ey, guck mal, ich will dir was zeigen Na geil, du kriegst auch noch was in den Kolben Oh Oh Schön Sexy Motherfucker Ja, siehste, wird doch, ey Wo ist eigentlich das, äh, das Portal vom Magier? Das stand schon, das stand schon Echt? Echt? Am Eingang, ja Nein, das war hier schon, bevor ich meine Kiste aufgemacht habe, hab ich das gemacht Toll Das kann er, was anderes, äh, was hast du jetzt für eine Indie? Wie krieg ich dem gerade? Weiß ich Ey, wir gucken morgen alle die Aufnahme, die Wiederholung an Die müsste ja auch eine Neunder gekriegt haben, ne? Die kommt aber morgen nicht, die kommt erst in vier Tagen, Ben Wir gucken alle vier Tage an die Wiederholung an Ich hab eine neue Toldagor gekriegt Ey, Patti, hier, ich hab eine Toldagor Schau mal, schau mal Was hast du, Toldagor? Ich hasse das, Digge Boah, die ist da, die soll ja nicht so, eigentlich ist das sexy Ich mach die nicht, ey Aber ich hab noch Werkstatt 9 Ich weiß nicht, was mit Patti war Hat Patti gesagt, er geht jetzt hoch? Ja, er hat die Fresse voll Irgendwas hat er gesagt, ja Ja, dann lass uns Werkstatt nochmal versuchen Also ich bedanke mich erstmal für's zusehen und bis zum nächsten Mal, tschüss Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das